Portugal ist jetzt rechts. Die politische Realität ist, dass wir einen parteiübergreifend, länderübergreifenden Rechtsdruck haben. Das ist Hass, Hetze, Populismus und widerlegbarer Blödsinn. Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Ihr müsst jetzt stark sein. Die CSU sorgt sich um die Zeit nach der Legalisierung und fordert zur besseren Überwachung eines bundesweiten Abwassermonitorings. Was? Abwasser? Wir brauchen mehr Kontrolle, damit Deutschland nicht zur Nation Europas wird. Ziel sei es herauszufinden, wie sich das Konsumverhalten nach der Legalisierung verändere. Nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz sollen Besitz und Anbau ab dem 1. April mit zahlreichen Vorgaben für Volljährige zum Eigenkonsum legal werden. Die Erlaubnis zu Anbau und Konsum sei aber falsch und gefährlich, sagte Holecek von der CSU. Er warnte außerdem vor den gesundheitlichen Folgen. Frühere emotionale und psychotische Erkrankungen werden zunehmen. Bis 25 Jahre greift das Gehirn. Wer konsumiert, riskiert bleibende Schäden. Säufer Bundesland Bayern mit dem absoluten Abschussfestival des Jahres redet darüber, dass auch nur im Entferntesten irgendwas potenziell ausgelöst werden könnte. Könnte. Bruder, in Deutschland darf man unter Genehmigung der Eltern ab dem 14. Lebensjahr trinken. Das ist kein Joke. In Gesamtdeutschland, das ist in Deutschland so, das ist nicht in Bayern so. In Deutschland darf ein 14-Jähriger Alkohol zu sich nehmen, wenn ein Elternteil neben ihm sitzt. Was? Ey, ich meine, ich verstehe den Whataboutism-Ansatz hier natürlich. Aber stay, das ist ja was anderes. Ich verstehe das. Aber das ist so eine gravierende, eine so gravierende Diskrepanz von der Realität und dem, was gefordert wird, dass man sich hier vielleicht mal hinsetzen sollte und sagen sollte, Jungs, wart ihr schon mal auf dem Oktoberfest? Wart ihr da schon mal? Ich meine, was ist das für euch? Was ist denn das für euch? Irre. Absolut irre. Also weiterhin vollkommen verloren in Bayern. Apropos CSU, reden wir doch noch von dem großen Bruder der CDU, beziehungsweise der Union auf Europaebene. Ladies and Gentlemen, what did I tell you? What did I tell you? Die Festung Europa. Es traut mich gar nicht darüber zu reden. Es gibt also auf europäischer Ebene die Idee Festung Europa. Das bedeutet, außerhalb von Europa sollen Geflüchtete in Lagern abgearbeitet werden und dann sollen die irgendwo zugewiesen werden. Und jetzt wird es, das Modell adaptiert Großbritannien mit ihrem Ruanda-Modell. Das Ruanda-Modell. Das bedeutet, die haben Geflüchtete vor Ort, die sie alle nach Ruanda bringen. Dort werden die dann abgearbeitet und kehren nicht zurück nach Großbritannien. Das ist das, was Großbritannien gerade losgeht. Das ist auch vom Gericht gekippt worden, aber sie machen es trotzdem. Einfach, weil sie sagen, wir machen das trotzdem. Jetzt habe ich hier einen Artikel aus der Zeit. EU-Wahlprogramm. Die Union fordert Drittstaat-Modell für Asylsuchende. Um irreguläre Migration einzudämmen, will Großbritannien Asylsuchende nach Ruanda abschieben. Mit einem ähnlichen Vorschlag will die Union bei der Europawahl überzeugen. Das Migrationskonzept sieht vor, dass bereits angekommene Asylsuchende wieder ausgeflogen werden, also außerhalb ihres Staatsgebiets beziehungsweise außerhalb der EU in sogenannten Drittstaaten. Sie müssten dann dort auf das Ergebnis des Verfahrens warten. Die Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten ist umstritten. Kritiker bezweifeln etwa, ob das unter anderem mit der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar ist. Das Prinzip ist nicht neu. Großbritanniens konservative Regierung bereitet derartige Abschiebung nach Ruanda bereits vor. Irregulär nach Großbritannien eingereiste Menschen dürfen ungeachtet ihrer Herkunft und ohne Prüfung ihres Asylantrags festgehalten und sobald wie möglich nach Ruanda abgeschoben werden. Wo sie dann auch um Asyl ersuchen sollen. Das afrikanische Land sieht auch die Union als möglicher Drittstaaten. Ruanda als ein solcher Staat sei ein britischer Vorschlag, sagte von der Leyen. Nach Worten von von der Leyen geht es bei der Bewältigung der Migration vor allem darum, den Grenzschutz zu stärken, Schlepper und Schleuser zu bekämpfen, die Außengrenzen zu sichern und legale Zugangswiese auszubauen. Laut Programm soll eine Koalition der Willigen innerhalb der EU jährlich ein kontingentschutzbedürftiger Menschen aus dem Ausland aufnehmen und verteilen. Die Ideen dahinter fluktuieren ja schon eine Weile durch das Europaparlament. Großbritannien lebt es vor, sie werden es wahrscheinlich auch umsetzen. Ganz ehrlich, ich sehe da nicht irgendeinen Weg raus. Die sind sich da sehr sicher und werden das wahrscheinlich auch durchziehen. Am Ende des Tages muss man sagen, das hier ist eine politische Realität auf europäischer Ebene. Also wir reden hier von einer Tendenz, die auf ganz Europa betrifft. Ganz Europa. Das heißt, die Realität, die politische Realität, ist, dass wir einen parteiübergreifend, länderübergreifenden Rechtsruck haben. It's crazy. It's crazy. Portugal ist jetzt rechts nach Parlamentswahl. Portugal vor schwieriger Regierungsbildung. Bei der Parlamentswahl in Portugal haben die Konservativen die regierenden Sozialisten als stärkste Kraft abgelöst. Konservativen. Das mal mit großer Vorsicht gesagt. Doch für eine absolute Mehrheit reicht es nicht, kommt jetzt eine Minderheitsregierung. Portugal könnte nun auf eine Minderheitsregierung zusteuern. Die AD ist auf Partner im Parlament angewiesen, da sie keine Regierungsmehrheit hat. AD-Chef Montenegro fordert die abgewählten Sozialisten und die erstarkte Chega indirekt zur Unterstützung auf, indem er an sie appelliert, keine destruktive Allianz zur Verhinderung einer neuen Regierung einzugehen. Eine Minderheitsregierung mit weniger als 116 Sitzen hingegen bei der Verabschiedung von Gesetzen von der Gunst von Oppositionsparteien hängt sie ab. Der Wahlausgang hat die erst seit fünf Jahren bestehende Chega in die Position eines Königsmachers gebracht, der den Sozialdemokraten zu einer parlamentarischen Mehrheit verhelfen könnte. Die Chega war, glaube ich, die rechtspopulistische Partei. Eine große Koalition gilt in Portugal als ausgeschlossen. Die beiden Hauptparteien trennen faktisch unüberwindbare Differenzen. Nicht wenige Beobachter gehen von diesem Hintergrund von möglichen Neuwahlen aus. Eine Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten hatte die Großparteien vor der Wahl ausgeschlossen. Für die PS, die 2022 noch auf 41 Prozent der Stimmen gekommen war, ist der Wahlausgang ein politisches Desaster. Der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Chega-Partei hat während der Corona-Pandemie übrigens noch dafür, hat sich dafür noch stark gemacht, dass Sinti und Roma unbedingt in Lager eingesperrt hören, weil die ja Corona verbreiten. Also nur mal kurz ein Wasserstand. Weitere Aufhänger der rechtspopulistischen Chega-Partei in Portugal ist die Abwanderung und den Lebensstandard Portugals. Also bei Portugal ist es so, Portugal befindet sich eigentlich an einem richtig guten Punkt. Also von außen betrachtet guten Punkt, die Wirtschaft wächst, die sind sehr gut aus Corona rausgekommen und alles in allem sieht das von außen sehr, sehr gut aus. Das Problem ist aber, dass Portugal mit einem großen Niedriglohnsektor beziehungsweise mit dem Tourismus zu tun hat, der auch für den Wirtschaftswachstum, für die große Tourismus-Situation problematisch beziehungsweise positiv sich darauf auswirkt. Das bedeutet, Touristen kommen nach Portugal, kaufen in den Innenstädten eine Menge Wohnungen oder mieten die, die Preise gehen hoch und die Leute vor Ort können sich das nicht mehr leisten. Das bedeutet natürlich, dass diese Leute sehr, sehr wütend sind auf die Leute, die vor Ort sind und auf die Politik, die diesbezüglich nichts macht. Und davon profitiert die rechtspopulistische Chega-Partei, deren populistische Aussagen sich damit logischerweise ein bisschen Bauernfängermäßig auseinandersetzen. Ist eine Protestbewegung und zusätzlich, was, Portugal hat ein gigantisches Problem mit Jugendabwanderung. Holy shit. Also, Portugal hat ein riesiges Problem mit qualifizierten jungen Leuten, die ins Ausland gehen. Von allen Jugendlichen sowas um die ein Drittel verschwinden einfach. Das ist crazy. Also, die gehen einfach in die Welt, weil sie logischerweise in Portugal nicht die Gehälter haben, die sie brauchen, um ihren Lebensstandard oder einen Lebensstandard zu finanzieren. So, das ist sozusagen so ein kleines Inside-Bild aus Portugal. Also, die Rechtspopulisten haben jetzt eine sehr gute Wahl abgelegt, haben ihre Werte nach der letzten Wahl verdoppelt und behindern jetzt eine klassische Regierungsbildung und niemand will mit den Rechtspopulisten zusammenarbeiten, nachvollziehbarer Weise. Ist eine schwierige Situation bei der Regierungsbildung. Vielleicht gibt es eine Neuwahl. I don't know. I don't know. Aber ihr seid zumindest informiert. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das so ist. Buschmann will gegen Geschäfte mit Schrottimmobilien vorgehen. Zwangsversteigerung. Enteignet sie! Rufe ich mit der leuchtenden roten Sonne aus meinem Herzen. Mehrere Medien berichten über einen Gesetzentwurf des Justizministeriums. Demnach sollen Kommunen zukünftig für zwangsversteigerte Immobilien eine gerichtliche Verwaltung beantragen können, bis der neue Eigentümer den vollständigen Kaufpreis bezahlt hat. Ziel ist es, zu verhindern, dass Käufer sanierungsbedürftigte Häuser ersteigern und zu überhöhten Preisen vermieten, obwohl sie statt des Kaufpreises nur eine sogenannte Sicherheitsleistung bezahlt haben. Eine derartigen Missbrauch ist laut dem Gesetzentwurf ein Problem in zahlreichen Kommunen. Also, das finde ich erstmal gut. Das finde ich erstmal gut. Es ist der sechste Aufruf der GDL in diesem Tarifkonflikt. Nun versucht es die Deutsche Bahn erneut vor Gericht. Der Konzern hat einen Eilantrag eingereicht. Grundlos und unverhältnismäßig sei der Ausstand. Noch heute wird entschieden. Die Deutsche Bahn geht vor Gericht. Vor allem der viel zu kurze Vorlauf von 22 Stunden im Güterverkehr, der ab dem frühen Abend bestreikt werden soll, sei eine blanke Zumutung. So Deutsche Bahn Vorstand Martin Seiler. Wir halten diese Wellenstreiks für unverhältnismäßig. Sie gefährden die Versorgung. Der Streik sei zudem grundlos, weil die DB mehrfach betont habe, die Verhandlungen auf Grundlage des Gesamtvorschlags der Moderation zu Ende führen zu wollen. Diese Unplanbarkeit des Zugverkehrs ist nicht hinnehmbar. Menschen müssen zur Arbeit, Waren müssen in die Fabriken, Kohle muss in die Kraftwerke. Ohne die Bahn geht nichts mehr in diesem Land, so Seiler. Aus Sicht der Arbeitgeberverbände missbraucht die GDL ihr Streikrecht. Der erneute Arbeitskampf der GDL bei der Bahn ist unverhältnismäßig und rechtlich fragwürdig. Kritisiert Steffen Kampetter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Zitat. Die Gewerkschaft sollte sofort zurück an den Verhandlungstisch und einer moderierten Schlichtung einwilligen. Der Unternehmer, Vertreter fordert zudem Änderungen im Streikrecht. Ja, wir benötigen ein Arbeitskampfrecht, das gerade auch für die Infrastruktur angemessene Ankündigungsfristen, Schlichtungsregelungen und Abkühlungsphasen vorsieht. Der GDL-Chef Klaus Weselski agierte ohne Rücksicht und unverhältnismäßig. Zitat, dass es ein Missbrauch des Arbeitskampfrechts, der nicht länger vom Gesetzgeber akzeptiert werden sollte. Na klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor Gericht standhalten wird. Mal schauen. Es gibt ja noch kein Urteil darüber. Sobald ein Urteil kommt, werden wir es sicherlich heute Abend noch erfahren. Mit solchen Aktionen würde der ohnehin schon angeschlagene Wirtschaftsstandort Deutschland weiter schwer belastet, sagte auch Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie, gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Stillstand auf der Schiene könne man nicht einfach mehr leisten. Für die chemische pharmazeutische Industrie bedeutet die Ausstände ohne ausreichende Vorrang erneut eine große logistische Herausforderung. Die durch den Ausstand verursachten Einschränkungen und Verzögerungen in der Bahnlogistik seien nur schwer zu kompensieren. Die Chemieindustrie ist eine wichtige Kunde der Bahn. Und da stimme ich zu. Darum muss Herr Seiler endlich mal einlenken und sagen, ja, 35 Stunden die Woche. Das finde ich gut. Die Lokführergewerkschaft GDL hat inzwischen zum sechsten Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung aufgerufen. Im Güterverkehr soll er am Montagabend um 18 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern. Im Personenverkehr soll er am Dienstag früh um 2 Uhr losgehen und ebenfalls 24 Stunden dauern. Das bedeutet, morgen ist nix mit Bahn. Scholz lehnt auch Taurus Ringtausch ab. Baerbock bezeichnete einen Ringtausch mit Großbritannien als Option. Für den Kanzler gibt es in der Debatte über Marschflugkörper aber keinen neuen Stand. CDU-Chef Merz hält einen Tausch für die zweitbeste Lösung. Auch nach dem von Großbritannien ins Gespräch gebrachten Ringtausch von Marschflugkörpern gibt es nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Hebestreit keinen neuen Stand in der Taurus-Debatte. Hebestreit verwies am Montag auf die Absage von Kanzler Olaf Scholz an der Taurus-Lieferung für die Ukraine. Zitat Die Entscheidung steht, Scholz habe klar gesagt, dass er weder direkt noch indirekt eine Beteiligung deutscher Soldaten an diesem Konflikt akzeptieren möchte. Hebestreit sagte, es würde mitgeteilt, sollte es dazu einen neuen Stand geben. In der Regel sei das Verfahren so, dass erst einmal Regierungen miteinander sprechen und zu einer Übereinkunft kommen oder auch nicht. So, deshalb ist es erst mal vom Tisch geblieben. Wie hier eben auch schon gesagt, gab es eine Debatte darüber, ob es einen sogenannten Taurus-Ringtausch geben könnte, nachdem der Taurus, also der Marschflugkörper, der 500 Kilometer Reichweite hat, an die Ukraine nicht direkt geliefert wird mit der Ausflucht des Kanzlers. Olaf Scholz sagte dazu, um den Taurus in der Ukraine einzusetzen, muss deutsches Bodenpersonal vor Ort sein. Dem widersprachen dann so gut wie alle Experten, also eigentlich wirklich alle. Der Hersteller hat widersprochen, Experten haben widersprochen, eigentlich haben alle widersprochen. In diesem Zusammenhang änderte sich aber nichts bezüglich der Positionierung des Kanzlers. Dann gab es eine Option, dass Großbritannien gesagt hat, hey, wenn wir unsere Marschflugkörper tauschen, würden wir den Tauschkörper, den Taurus, an die Ukrainer weitergeben. Damit wäre Deutschland ja fein raus. Auch das wird jetzt also in diesem Zusammenhang abgelehnt. Wie im Horrorfilm. Die Grünen sind zunehmend Hass und Hetze ausgesetzt. Parteiveranstaltungen können selbst in der Provinz nur unter Polizeischutz stattfinden. Was macht das mit der Basis? Seit vielen Monaten stecken die Grünen in einer schweren See. Wo sie sich versammeln, organisiert sich der Protest, mobilisieren vor allem die rechten Lager von der AfD über Querdenker bis hin zu Reichsbürgern. Muss die Staatgewalt mit Hundertschaften ausrücken. Manchmal fliegen Steine, brennen Reifen, fast immer wird gebrüllt. Robert Habecks Fähre in Schützsiel, der Aschermittwoch in Biberach und Schorndorf. Kürzlich wurden gar Kreistreffen in Hirschheit ganz ohne Promis zur Zielscheibe. Manchmal wird auch einfach zugeschlagen. So wie in der Amtszell bei Ravensburg am vergangenen Dienstag. Ein 57 Jahre alter Mann entdeckte beim Spaziergang einen grünen Kommunalpolitiker auf dessen Hof. Beleidigte ihn zuerst und stirbte dann auf das Grundstück, schlug ihn ohne Vorwarnung mit der Faust nieder. Der Staatsschutz ermittelt bereits. Die Hetze gegen die Grünen beschränkt sich nicht mehr nur auf Worte. Immer öfter wird sie zur Tat. Doch was macht dieser Hass mit der Partei? Wie ist sie eigentlich um die grüne Seele bestellt? Wenn man dieser Tage an der Basis unterwegs ist, trifft man selten Menschen, die resignieren. Aber man begegnet vielen, die nachdenklich geworden sind. Menschen sprechen offen von Angst, andere nur hinter vorgehaltener Angst. Aber alle fragen sich, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Großes Trauerspiel dafür ist ganz besonders die demokratischen Gegner. Also FDP, CDU, CSU, SPD. Diese Parteien sind in der Pflicht, trotz der politischen, naja, Differenzen, sich diesem Problem zu stellen und sich auch vor die Grünen zu stellen. Muss man ganz klar sagen. Als Demokrat. Aber nicht nur das, was Markus Söder sagt, sondern auch das, was Friedrich Merz sagt und das, was aus diesen Parteien quillt und das, was Christian Lindner sagt, hat ganz und gar nichts mit Solidarität zu tun. Aus unerklärlichen Gründen oder aus erklärlichen Gründen, ich finde sie unerklärlich. Stimmt man da lieber ein mit demjenigen, der halt die Grünen ruft und populistischen Blödsinn erzählt? Das ist ein Trauerspiel. Das ist ein richtiges Trauerspiel. Besonders, wenn man sich mal anguckt, dass Koalitionspartner da ziemlich genau die Fresse halten. Also FDP und SPD. Also man muss nicht mit denen politisch übereinstimmen. Ganz und gar nicht. Ich denke, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich denke, in der Demokratie ist das ja in Ordnung. Aber diese radikale Einnehmung des Diskurses, ja, also dieses Beleidigen des Angreifens von Parteimitgliedern, weil sie Parteimitglieder sind, das ist schon wahrlich bitter. Das ist richtig bitter. Und das ist eine offenkundige Eskalationsspirale. Wir haben, was das angeht, einfach jetzt körperliche Übergriffe. Da werden Leute niedergeschlagen. Das verstehe ich nicht. Da werden Leute angegriffen einfach, weil sie Parteimitglied sind. Und die sind nicht Parteimitglied in der AfD oder sowas. Oder es handelt sich hier nicht um Bernd Höcke, bei dem man gerne mal ins Lenkrad greifen kann. Das sind keine Faschisten. Das ist einfach nur politischer Verdruss. Das ist Hass, Hetze, Populismus und widerlegbarer Blödsinn. So, Nachrichten. Ende.